So Ähm Falsche Tante Und zwar Wir hatten Level Up Level 19 Keine Ahnung Stumpfe Waffen Also Ich habe eine ganze Menge Sachen getestet Jetzt Ich habe mal so als Test Das Automatik Overclocking rausgenommen Wegen dem Abschalten Hat sich jetzt nicht mehr abgeschaltet Nachdem ich das Automatik Overclocking rausgenommen habe Hat aber immer noch Spitzen von ungefähr 60 Grad Und jetzt habe ich mal Die Die CPU Kühler also den Heatsink Erstmal neue Paste drunter Und zweitens Stapeln nicht Neue Paste drüber Und Ein bisschen fester drauf geballert Also nicht drauf geballert Aber ein bisschen fester gezogen So So Es war soweit alles abgeschlossen Das höchste war bisher 45 Grad Mal Schmerzen Radioaktivität ist sicher auch ein Gedächtnis rein. Jetzt können wir überall hin hier in Arizona. Jetzt können wir auch mal hier rein hochlaufen. Nein. Keine Tiere. Hier nochmal kurz anhalten. Vier Züchgräuen. Vier Züchgräuen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war der Schrein, den wir schon kennen. Hey, oben kommt man noch nicht hin, ne? Was? Oh. 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 Greetings, travelers. Are you looking for a safe path to the east? Do you wish to journey to the mountain and beyond? Then let the servants of the mushroom crowd be your guides. The canyon of Titan is the only clear route through the radiation and we guarantee your safety within it from west to east and back again. All that is required is a small donation to our temple and your security is assured. If you can hear this message, you are almost to our canyon. Just keep heading to the east through the Great Glow until you reach the safety of our canyon. May Titan's peace be upon you. Mm-hmm. How do you get to Titan? These and corpus and freaks. But what do you see? I think, yeah. There is nothing more. Here. Oben. Da ist auch nix mehr hier dafür gewesen Ja, aber ich sage, wir gehen da mal hin, boh Sollen wir hier vorbeigucken Ja, warum nicht Die letzten einfachen Kämpfe hier Eiskalt So, du Einmal da rüber Und schieß den Oh, das ist die Sprofschild In your face Oh Okay Hm, Pistole Für Länderin Und wieder mal haben die Desert Rangers gesiegt und sind die Helden hin Schlepp mich denn hier mit mir rum Stahl Äh, halb oder drei Sieben bis neun Bescheuert Ja Weg Hier war ein Mal auffüllen Komm, komm, komm Komm, komm Lauf, lauf, lauf Können wir noch einmal skillen gleich Und wie ihr schon seht, jetzt gehts weiter Jetzt wird's ernst Da kommt also gleich ein ganz neues Tier Danach sind unsere Waffen nur noch Mist Ja, leider Ja, leider Wollen wir funken Bären und Ful... 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 ...Ful... 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 Komm, kannonieren Mach mal rein Und sie hat wie ein Vorteil 1 RP Sie trägt ja keine leichte, das hatten wir schon mal ausprobiert So könnte sie noch einen 10 Hund kriegen 5% geringer Trefferwahrscheinlichkeit, Malungsball, Feuerstößen Brauchst du überhaupt nicht Peiniger ist nicht schlecht Waffen zu beträumen 25 mal Waffenteile, wenn du Waffen mit Waffenschmieden zahl Das brauchen wir überhaupt nicht Ich hoffe genau Bastler Ne Quatsch Einschüchtern Dann haben wir wenigstens ne richtig zähe Bären 8 Ich sitz schon hier Oh Ful fand auch noch 6 Glücksscheiße oder Natur Bullshit Ich glaube wir gehen auf Natur Bullshit 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 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 6